Als wir wussten, wer da gerade steht, dachte ich mir, okay, ganz schnell nehmen, bevor der auf die Idee kommt. Ich habe mir überlegt, ich habe erst geguckt, ob du die jetzt willst oder nicht. Was hast du in der Hand? Ja, 99 mitgenommen. Was hast du als Park in der Hand? Eine 301. Und ich wollte die erst dagegen tauschen, aber da würde ich dann doch letztendlich lieber auf ihn warten. Hier links kommt einer! Ohm! Minderstrahl. Boah, natürlich trifft er mich noch. Ich mag die Alternator, ich überlege gerade echt, die zu behalten. Aber holy shit, die ist so fucking genau. Die ist halt im Anfang ganz stark, aber ansonsten, naja. Ja, guck dir die sie an und der spielt die nur. Der braucht nichts anderes, nicht zu gewinnen. Ey, Ali, willst du vielleicht bei mir so nebenbei auf 400 Euro Basis mal mit zuhause arbeiten als Staubsauger? Ja, überlege ich mir. Überlege ich mir. Na, ich will mir diese hier auf 400 Euro Basis halten. Ich muss vielleicht ein bisschen mehr kommen. Nur, kannst du mal einen nutzen dabei noch? Äh, nee. Kein Interesse. Okay, dann. Oh, Bruder, Mosambik, wer will! Junge, Alter, deine Vase aus Mosambik, Alter, kannst du verkaufen. Kacke wie gar keiner. Die Kacke wie gar keiner? Kannst du deine Drohne sitzen, oder hast du dir gerade gesetzt? Wird schön, wie sie sagt, hey, sag guten Tag. Bruder! Was denn? Eine Wingman. Bruder! Ich würde die nehmen, wenn du die nicht willst. Ja, ich hab die schon. Warum fragst du dann, ob die jemanden haben willst? Ja, weil ich, ich wollte dieses... Weißt du, was ich mein, dieses... Ach, geil! Ich krieg jetzt ne Wingman und dann so... Nö. Es ist mir relativ egal, ich bin zufrieden mit meiner Waffenauswahl. Wingman ist so ein kleiner Bonus. No shit hier im Tunnel, ne? Habe ich das Gefühl, dass die fast immer die Chance höher ist gegen den Robo, ne? Na komm. Nehm dir! Schmeckt der Helm, Lina? Ja, ich hab das Ding auch erst. Nee, du Spargo! Gib noch mal ein bisschen Joppi-Soße drauf. Vielleicht schmeckst du noch besser. Blauer Helm ist da noch. Äh, Spark. Ah, habt ihr schon beide. Blöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich warte mal hier auf euch, ne? Gegner, so, da. Haben die uns gesehen? Nein. Nein. Definitiv nicht. Denitiv, da. Ups. Das war ein ungekleiner, welches jetzt sein. Ja. Hallo. Hier schon mal rein. Mal allein hutschen. Also die hatten auf jeden Fall einen Gibraltar, meine ich, die gesehen zu haben. 301 hier oben? Will wer? Will höchstens ne 99, aber... Ich hab ja gerade, ich hab vorhin was weggeworfen, was ich hätte gebrauchen können. Scheiße. Was denn? Äh, ne, ein Schaft. Besser als Grau... äh, besser als alles. Also Hauptsache ein Schaft. Ich hab ja gar keinen. Du spielst gerne Schach? Ja. Ja, ich spiel gerne Schach, weil ich kenn die Regeln so gut. Ich würde sauber machen, wohnen aber nördlich als auch immer in der Nähe von Hüte der Hauptbahnhof... ...wat? Äh, was ist da gerade hinter uns gekommen? Hinter uns? Ach so, ein Ding ins Carepack, ich verleiflein. Da, wo wir herkommen. Hinten an der Base, einer kommt. Hinten an der Base kommen wir hier, ne? Spark. Skippel, das hast du nicht gemacht. Was? Gib mir meine Muni wieder. Nö. Da sind wir gerade 80 Muni geklaut, Anna. Jetzt krieg ich dir gar nichts mehr. Ja, hier. Ja, jetzt muss ich eben noch ein Ulti-Mail. Wie 80 Muni? Die Muni lag doch schon... lag doch da drin. Ja, weil ich die gerade tauscht hab gegen die Dingens. Ach so, ja, dann komm her, hier. Ah ne, warte mal. Da oben, das ist ein Gegner. Das ist das Team, was wir gerade von oben gesehen haben. Ich brauche noch alles für die Wingman. Die laufen Richtung Häuser. Wie viele Gegner sind denn hier? Wie viele Lifelines sind denn hier? Ja, das ist ungefähr die Zeit so, ne? Bedenk. Ne, muss aber jeder von den Ulti gefunden haben, weil ich hab einen benutzt. Ja, gut, ne, gut, jetzt muss man von der Post. Über mir sind sie gerade, die steppen auch hart. Könnte sein, dass sie mich so gehört haben. Nein. Okay, wir spielen sie jetzt, wissen sie es. Da! Direkt! Oh no. Okay. Alle tot. Friedenstifter bei mir. Alle tot. Guck mal hier, sowas. Oho, ich hab glaub ich selbst. Wer ist es nicht? Ne, okay, ich hab mich wollt. Gute Nacht, Mika! Mika! Ich wünsche dir gute Nacht. Schön, dass du da bist. Mika! Äh, wenn du gerade noch da bist. Äh, äh, glaub ich, wen ich gefunden habe. Ich habe... Ich habe... Äh, ganz tief im Internet habe ich mich heute nämlich mit Hobbit darüber unterhalten. Oh Bruder. Boah, nö. Ich habe Mr. Selby gefunden, wenn du dich noch rein erinnerst. Ich bin gerade weit weg und heile mich. Alles gut. Nein! Jetzt riech ich mich los. Fuck! Ich hab... Einen noch für den Füll. Ja, der ist verloren. Ja, der ist verloren. Da! Achso. Ja, der war schon noch. Wollen wir nicht, dass der abhaut. Ich glaube, von da kommt noch mal Gegner. Aber hier irgendwo ist noch einer. Es waren nur die, die noc waren. Wie viele kriegst du das für schon gerne? Da! Vier. Headshot! Oh ja, von da, wo du markiert hast, sind zwei Gegner. Einer noc von der Seite, wo du markiert hattest. Da sind zwei Leute. Ich habe einen gefinisht. Ey, das kann doch nicht sein, dass wir den nicht retten early, oder? Hier geht ins Gebäude rein. Bar, kommst du klar, ich geh jetzt wieder. Gimple, du kümmerst dich, ich geh zu Sparks. Wir wollen mich wahrscheinlich finishen. Ja. Ich habe... Die pushen bei dir. Early, komm zurück erstmal, komm zurück. Ich muss dich halten, komm zurück. Ich bin close bei denen. Ich komm, 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 ich komm. Kommst du noch warten? Komm. Jetzt komm ich. Ich bin safe. Hast du den Typ getötet, Gimple? Nein, ich hab gar keinen getötet. Ich will ihn gleich. Oh, von rechts. Und von oben. Oh, Bruder. Kannst du dein Bot hinstellen? Ich bin safe. Ich bin safe. Ich bin safe. Ich bin safe. Early. We're ready. We're ready. Ja, alle haben wir noch eine Sekunde dem Headshot geben. Ich geh back up. Ich geh back up. Ja, alles gut. Sind alle down? Jetzt sind sie alle down. Nice, Bruder. Wie viele Teils hast du jetzt schon wieder? Sieben. Nice. Okay, ich hab hier so Wingman. Obwohl, weißt du, ich nehm die Wingman selber. Tut mir leid. Ich brauch die gerade. Obwohl, ne, weißt du, ich stehe grad zu gut damit. Lila Schild ist hier noch drin. Ja, hab ich. Wie gesagt, hier Wingman drin, ne? Hab ich. Treff ich gerade einfach zu krass. Ja, feier dich doch jetzt nicht. Ich darf mich feiern, wie ich will. Nein. Nee. Nee. Blasen darf man nicht sein. Was war das? Wollen wir grad beschossen? Nicht, dass ich wüsste. Ich würde schwirren, wir waren grad beschossen. Wie gesagt, nicht, dass ich wüsste. Ich hab nix gehört. Hat jemand noch, äh, uh, Aschloch? Äh, ne, ich hab alles. Ja, lass uns zum Airdrop. Warum zum Airdrop? Ja, weil der Typ da den geholt hat. Achso. Ah, ne, das ist zu weit. Okay, hab mir geguckt. Der noch für gold ist. Bruder! Warte kurz davor. Warte kurz davor. Warte kurz davor. Da warst du, warte. Da liegen zwei Leichen. Alter, ey, überall, ne? Wer da noch drin ist. Torbolader, lila Helm. Ja, nix, was ich brauch. Nix, was ich brauch. Oh. Komm, komm, sei, äh, komm, komm GmbH. Gute Nacht. Schlaf gut, Mann. Hier bin wieder. Der Early sagt, komm. Der Early sagt dir auch gleich gute Nacht. Gute Nacht, komm, komm. Schön, dass du da warst. Puh! Erich. Spark vergessen, hier war der eine Gegner noch, ne? Nee, den hab ich gekickt. Äh, äh, gefickt. Oh, Bruder, ich hab die noch gefragt. Hast du ihn gekillt, hast du gesagt? Nee. Achso, doch, den hab ich gekillt. Bruder, was hat denn für Dinger? Alter, Schädel, wo ist los? Ich weiß, was ich noch hier lassen soll. Ich hab kaum leichte Muni. Auch noch Schädel, äh, Schädel-Dingens, ne? Schädelspalter. Falls jemand findet. Ja, ich... Gerade treff ich mit der Dings dazu. Ja, was hast du denn? Äh, das Schiff ist gerade gelandet, ne? Echt? Ja. Ja, dann könnten da sogar Gegner drauf sein. Ich warte, lass mich als erstes! Und ich mach scannen. Und... Scan ready. Wir können gegner. Oh, Schädelspalter, nice. Ihr braucht auch alles nur noch gold, ne? Ja. Und ist noch irgendwas, was hattest? Nene. Irgendwann liegt hier noch? Ich guck grad, von wo Leute kommen können. Lila Rucksack brauch ich noch, wenn ihr findet. Ne, wenn ihr über... Ach, ich brauch noch... Äh, hatte ich vorhin markiert bei den... Ja, hab ich auch genommen. Achso. Okay, ja gut, wenn du das drauf gehören hast, dann ist es... Ah, ich weiß nicht, was ich noch liegen lassen soll. Ey, grad geht die Mitte 301 bei mir ab, ey. Was ist das mit der 99 vorhin? Ich brauch noch ein goldenes Scope für die Sniper... Und... Ein lila Schaft und ein lila Sniper Schaft. So wie ein lila... Dings, ey. Macfisch. Wenn wir reingingen, ist es safe da irgendwo. Also alles, was ich gerade gesagt habe, hab ich schon im Blau. Wir können hier den Ding jetzt in den Ballon nehmen. Ich hab das in den Ballon? Ja, wir können dann... Wir können dann zu anderen Ende der Zone fliegen. Und einmal drüber fliegen und Übersicht. Let's go. Dann jump ich aber da jetzt einmal ein bisschen Richtung Dings... Richtung... Airdrop. Weil da vorne ist ein Airdrop direkt um die Ecke. Ja, dann fliegen wir da ein. Äh, eben fliegt... Hört euch den Überblick... Okay. Oh, geht nach. Dann müssen wir schon mal ein Team. Vermutlich direkt in der Nähe des Zweites. Oh, nur Scheiße, ey. Wow. Aber sowas von Scheiße. Also... Okay, da... Da sind die zwei Squad, die gegeneinander kämpfen, ne? Jupp. Ja, einmal schon. Go, 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 go. Von dem Dach kriegst du schon Snipern. Ja, da wollte ich auch grad drauf. Leih. Geh mal da dran. Okay, gleich. ölli geh nicht vorne das erzählst du mir ja an diesem haus einer ein großes magazin schweres magazin wenn jemand hat wir haben nur so herumgeschossen kippe komm weg 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 von hinten von hinten von hinten habe ich die abgelenkt ich auch alter bricht die abgelenkt mit meinen granaten habt ihr da dumm hören ganze ich hab alles geworfen ich bin immer noch da hinten chillen da also ich bin mir nicht 100% sicher aber höfst wahrscheinlich wie viele pilz hast du? ich? 10 habe ich und du early? 1 ich habe 4 braucht noch jemanden noch ein goldenes goldenen laufsteuer weil ich habe den gerade auf meinem sniper gesetzt die wenigstens geht hier noch großen medicaid große schildbatterie in die hütte wir könnten an die hütte gehen ich sehe den oh was sollen wir in die hütte gehen? in welche hütte? in diese? ja können wir die haben noch einen airdrop oder? oder haben die sich den geholt? ich hätte nicht vielleicht den brutal sitzen sollen ne oh ich habe keine leichte muni mehr weg ich kann mir was abgeben ich habe zwar weiter her ja ja mehr bräuni oh shit schwald hat rahl ist hier noch? knockdown schild lila? oh keiner geh aufs dach ok dachkatz vergessen oh das wird echt schwer uuh bruder ne sind wir nicht sogar hier wo er mit der beste ne das war das nicht hier das war das komplett ne muss man sagen wir müssen raus und vor die uns hier in die enge drängen wir könnten nur wo gehen wir hin? ich setze sofort ein portal wir könnten da hin da ist einer ja ich werde jetzt portal setzen nach wenn du setzt ich setze jetzt der platz hat dabei hinten hat kein chip mehr ja da ist bei mir raved ist die die wir finischen wollen ist hier oben der ist hier oben ich komme hab ich nice ich komme gleich zu dir hoch um mich zu healen aber weiß er nicht gehe hier raus komm von der weine auf dem dach immer noch welches bei mir bei uns ja auf euren dach unter mir dann ist er der letzte ja dann let's go wo? ah hier der ist der links ja man brüder wunderschön 18 kills schon wieder ey und nicht nur einen einzigen war das schön gemacht der gebel hat nur abgestaubt sieht man Bam D D D D